Ich hab schon drauf gepackt. Ich hab ja noch nicht drauf gepackt. Aber das erscheint erst, wenn du es gestartet hast. Na, weil ich es drauf gepackt hab, ne? Ja. Hab ich jetzt alles wertvoll in eine Kiste gepackt? Ja. So, da liegt nichts mehr. Oh, wir kriegen nicht viel gebrabbeln. Die Davy Jones Wolke ist ja geil. Ja, da müssen wir auch hin. Dich eigentlich gar nicht aufmachen müssen oder so. Oh, da liegt noch ein Schädel. Ja egal. Ich bring den mal runter. Wenn wir Pech haben, ist er hier gleich weg. Das wär schade. Egal. Verkaufen wir, tun wir den ja eigentlich nicht. Und wozu ist der gut? Geld machen. Oh. Na dann. Er bringt nämlich Gold beim Verkaufen. Okay. Der tanzt. Das ist cool. Das team ist ja. excesses. Die Kiste ist kastig. Und ist der tanzen! Sie Diab. Ich bin Vorsitz! nicht so schlecht es passieren dinge das mal mit tauchstation wir sind die uhr 312 das haar steht für holz ja genau untersee holzboot unterholzboot b jetzt mal sehen ob wir aus dem posten reinkommen oder es geht gleich los wieder los hier aber er sparen wir uns das viele gelaber gegen gleich zum kampf über klingt noch ein plan nehmen wir schon mal kanonvogeln raus ich müsste tatsächlich noch haben fünf stück was ist hier denn los eine flotte kann man die kanon gehen auch wenn wohl herrn der sie unsere das sind unsere verbündete hier die mit dem stern drauf unsere geister schiffe hier scheinen auf unserer weite zu sein das klingt gut also sonst hätten wir schon lange ist das jetzt der strudel aus teil 4 wir müssen erst mal zum tor aber hier sieht man viele schiffe hier ist die wild rose was dann die idee von schiff preis black pearl bild da vorne jetzt nichts hier dann haben wir davor bitte sein geister schiff wir wollen wir fahren durch ja normalerweise würden wir jetzt brecher kriegen aber das hier unsere schiffe verbündete sind so gesehen und david jones weiß dass wir da sind kogel hat die singen gesagt und ist gerade am 8 ja so dann komm mal mit Was willst du denn, ach so? Ja. Du bist der einzige, der kann einen Schocken auf den Spire-Mate legen. Du bist der einzige, der in einem Schocken kommt. Die Erinnerungen von der See of the Damned sind in diesem Weltraum gefordert. Hurry, und die Brust dieser Macht zu mir! Oh, ich denke. Ja, jetzt. Ich sehe das. 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 Oh, ja. Oh, ja. Let's buy us to store the giant in power. What say you destroy? I see you on land. Your fate is sealed. Unge ist wirklich mies hier. Bist du runter? Nee, hier, drüben. Musst du hin. Er ist hier aus diesem Notz zu nennen, hier rüber. Nee, nicht da lang. Ja, der Mast hier. Ach ja. Nee, der fette Mast hier drüben ist sogar. Was für ein fetter Mast? Da ist ja nur einer. Der hier, wo ich gerade hingucke mit dem Fernrohr hier, der. Mit dem runden Scheibe hier. Ja, da muss ich doch aber erstmal hier drauf, dass ich da hochkomme. Sonst komme ich doch gar nicht auf die Mast. Ach ja. Bin leicht verwirrt. Okay. Bin da. Zoom. Zoom. Ich glaube, bis Doppel kommt, haben wir das Ding schon durch. Ja, ich denk's auch. Oh nein! Bin ich vorbeigesprungen. Verdammt. Ich kann nicht laufen. Warum kann ich nicht laufen? Was denn jetzt? Hier ist reingebrochen. Geht das? Ja, das geht. Ist aber auch nach so 10-20 Sekunden wieder weg. Okay. Ah ja, jetzt ist weg. Ja, an einer Stelle muss man hier ganz langsam gehen. Ah. Ich warte mal. Vor allem nicht. Ach, fuck you, Alter. Oh. Ich muss essen. Och. Hmann sind nur das Ding an. Ist nicht mal dafür tief. Inte mehr. Ja, wir sind alles in einem Meinung nach. Alter! Vorsicht da! Langsam drüber gehen! Und... Jeho! Ja, auch wieder langsam. Ich gehe auch noch mal im Dockboot. Ah ja. Jetzt müssen wir hier lang. Jetzt muss ich erstmal gucken. Hier lang. Da lang. Und... Jetzt wieder langsam. Ja. Okay. Ich sehe auch. Mhm. Komm, der Überraschung. Die Brethren wissen, dass sie extinkt werden. Oh. Kiste. Zu. Komm mal... Davy Jones Herz. Hm. Aber erstmal müssen wir. Oh. Dann müssen wir. We will never surrender. Never surrender. Never surrender. Ah. Und... Was? Einen freundlichen Witz? Freundlichen Witz? Ich habe nichts zu essen. Aua. Wir sind doch Fässer. Ja. Jetzt. Jetzt darf ich kommen. Ja. Ich habe nichts zu essen. Aua. Wir sind doch Fässer. Nichts. Auf, auf. Nichts. 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 Witz. Nichts. 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 Ich habe es aber auch irgendwie schwieriger Erinnerung. Hm. Vielleicht hast du einfach nur einen besseren Mitspieler dabei, glaub ich zwar nicht, aber... Was Spielerfahrung angeht, bin ich dir das 10-fache, 15-fache schon voraus? In dem Spiel, ja. Allgemein nicht. Im echten Leben? Nein. Ja, keine Chance. Da fehlen ja noch 30 Jahre. Ach, das ist ja welche bald. Irgendwann. Da war doch auch ne Produktionskiste irgendwo. Ich hab einige gesehen. Ja, weil das ganze Wasser jetzt von Geisterlagerkisten... Fächer überschwemmt. Oh. Oh, cool. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen zu gut vorbereitet. Hehehehe. Ja. Ach du? Ach du? Schlüssel des Todes, ich hab ihn. Ich bin jetzt hier rein. Amulett, jetzt müsste das nicht das Herz sein von David Jones. Normalerweise ja. Oh. Irgendwie... Irgendwann im Schiff. Wie hast du das gemacht? Du bist ja... Du bist ja geflogen. Einfach gesprungen? Ne. Ne, das ist ein Swartdash. Das kann... Probier's lieber nicht. Das geht nur in die Hose. Okay. Dafür brauchen wir mal eine Fahrrad. Dann spring ich einfach mal ins Wasser runter. Ja. Und nicht auf dem Boden landen. Ja. Ich versuch's. Oh ja, es könnte... Ah, jawoll. Hat geklappt. Im Boden... Kannst ja grüßen, wenn du ihn triffst. Hm. Wut grüßen? Aber, ne. Hat gereicht. Ja, Alter. Wie viele Geisterlagerkisten sind hier auch. Alter. Hehehehe. Das sind ja mindestens schon 20 Stück. Das sind die einzigen Lagerkisten, die man verkaufen kann eigentlich. Okay. Wir wären sogar vorher fertig, hätte ich das gedacht. Ja, das höre ich ja. Hehehehe. Hehehehe. Oh, jetzt... jetzt ist Davy wütend. Oh oh. Don't mess with Davy. Aber machen wir doch gerade. Mhm. Uh, die Dungeons. Wo? Hinter uns. Hinter uns. Oh ja. Jetzt musstest du die Musik hören. Jetzt geht's ab. Äh. Leider nicht. War ärgerlich. Ein bisschen Papagei ist das. Äh. 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 Ist ja schön, dass er schon auf den Schi ist, aber... ein bisschen weit weg. Once you are stuck, the black power will be next. Was können wir da noch hoch? Das erste Monkey Island starten. Ah, ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich bin ziemlich fertig. Mac selber gerade erst. Dann fangen wir nächstes mal an. Ja. Auf jeden Fall. Ah. Da kommt die Sau. Ja, Feuer frei. Ja, gleich ist soweit. Und jetzt. Ah. Oh wow 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 wow. Oh wow 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 wow. Genau. Halt! Das neue Gingerяж... äh das reicht nicht zu weit wir haben ein pp-loch oh so echt ganz kleine löcher ich kann die ganze zeit zuhören ja die ist bestimmt gut ich halte dauerhaft nur das fliegen von ihm ja aua komm komm noch ein stück Schöpfer Ich brauche keinen Druck, um diese Wände zu entfernen. Oh Oh, wo ist er? Was sind denn da? Ich sehe ihn gar nicht mehr Die bauen uns wieder in die Richtung zu ihm Ah, da hinten am Horizont Ja Wir nehmen uns fährt die Wild Rose Hm Das müsste die... Oh, Morningstar sein eigentlich Mhm Aber die Morningstar kennen sie ja nicht Die... Nö Werden wir aber noch kennenlernen vielleicht Ja, ja, ja Ist nämlich bei Shores of Gold mit drin Ah ja, okay Also jedenfalls Wild Rose in die Mornings Bei den anderen... Weiß ich gar nicht... Wen die sind Ja Ja Oh 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 Sie geht auf Tauschstation Gucken wo es wieder hochkommt Oh 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 Go Oh Oh, war es doch schon? Ja, das waren wir schon. Ich habe es aber auch anders in Erinnerung. Ich hätte es gedacht, die kommen noch mal. Oh, der Turm geht unter. Ja. Seerohr eingefahren. Mhm. Torpedo nachgeladen. Oh, aber hinter uns ist Fallout. Wo denn? Die Wolke da. Meinst du, die rote Wolke da hinten? Nee, die weiße, also hinter uns. Ach, die Geister hier. Nee, nee, nee. Schau mal. Links. Links. Die schwarze Perle. Ach da, guck an. Die Musik höre ich wenigstens. Ja, aber wenigstens selber ist. Mhm. Aber ich glaube, das haben sie gekürzt hier, diesen letzten. Aber normalerweise kamen mehr und Sirenenstatuen so einer riesigen. Oh, okay. Oder verwechsel ich das gerade. Hm. Oh, okay. Hm. Und... 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 Ich muss mal ein Foto machen, du. Ein Schiff daneben parken und Foto. Sieht geil aus, ja. Wäre ein cooles Bild. Jetzt haben wir einen Screenshot gemacht. Ja, ja, ja. Müssen wir da drauf? Ja, genau. Müssen wir rauf auf die Pearl? Jo. Okay. In diesem etwas wird gegönnt. Hehehe. Schön. Na, schau mal hier oben. Bald Rose, Endergen, Ach ja, jetzt weiß ich warum. Oh. Seine war das Schiff von ihm. Aha. Mal Lokbuch, falls du brauchst. Lokbuch. Neun von zehn. Ich hab schon alles. Oh, hier ist noch eins. Boah. Ja. Diese mehrere. Habe ich etwa alle? Ne, alle hast du nicht. Zehn von zehn. Weil hier gibt's insgesamt zehn Lokbücher insgesamt. Ne. Oh, toll, ey. Hier unten ist noch eins. Oh. Bei mir? Weil wir haben nicht alle Geister-Lokbücher auch gefordert. Hier vorne. Du sagst vorne. Oh Gott. Da wo du eben warst, oder? Ja, genau da vorne. Ja, da vorne. Du musst mir schon präzise Antworten geben. Da ist nichts. Ach da auf dem Boden. Dann ist noch mein Ziel froh, ey. Das hat er jetzt gar nicht, gar nicht gezählt. Ja, weil das für einen Plunderpass war und nicht für Toll-Tay insgesamt. Das ist bei mir noch mal was anderes. Okay. Oh, White Rose ist wie der Mensch. Wir sind doch eigentlich tot. Sure. Aber keine Spoiler mehr. Mhm. Wir zählen nicht mehr die Lokbücher. Schade. Schau mal links am Horizont. Ich glaub da sind Bullen. Blaulicht. Blaulicht da hinten. Genau. Und da hinten ist ein Tornalo. Hier rechts. Da. Oh, das rote. Oh, ja. Mhm. Das sieht übel aus. Auch ist einfach ungetodenloot. Mhm. 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 Ja, jetzt auch noch eins. Ein Diebstahl. Oh, ja. Das hat er gezählt. Finde während des Seemanns Guns Herren der See. Alle von Captain Jack Sparrow geschriebenen Journale und liest sie. Ja, sicher. Okay, dann gehen wir mal runter. Vielleicht zählen sie jetzt. Nö. Bye. Drei. Drei. Drei, Herr Scrum. Sobald der letzte unserer Gäste hat er übernommen. Hier ist aber drei in der Kahüte. Ja, das hab ich schon, ja. Hat aber nicht gezählt. Doch, das zählt. Hier ist vier. Und fünf. Genau. Zwei Stück. Oben. Drei. Vier. Und vorne. Ähm. Am Bug ist auch noch eins. Fünf. Müsst du eigentlich alles gezählt haben. Sonst gehen wir noch mal nach der Reihe nach. Einmal hier oben die beiden. So, ich hab's auch alle gelesen. Fahm aber nix. So, dann fahren wir jetzt mal weg. Dann ist das erstmal erledigt. Okay. Okay. Weil dann ist das seemannsgarten auch schon verbändet. Okay. Ja, dann. Könnten wir eigentlich auch schon Tuck machen, ne? Wenn das jetzt hier rum ist. Sobald das gezählt hat. Ja, ja, genau. Oh. Ho, yo, ho, a pirate's life for me. Mhm. Wenn man alles hätte, alle Teile zu 100%, kriegt man... ...dieses Lead, oder? Mhm. Wo bist du? Ah, da bist du. Das Lied würde man dann kriegen. Das ich leider nicht höre. Schade. Ja. Schade, schade, Schokolade. Gott, ach, es werde Licht. Doch, er fand den Schalter nicht. Genau. Schau mal hinter uns. Oh. Fallout. Ja. Atombombe. Genau. Boom. Seemanns Garn abgeschlossen. Und nochmal 16.000 verdient. Mhm. Du konntest dir sogar mittlerweile ein neues Outfit leisten. Für 160.000? Bestimmt, ja. Ja, dann sieht's doch nicht so... ...neu aus. Ja, und so standardmäßig vor allem. Aber darum können wir uns nächstes Mal kümmern. Ja, eben. Eben. Oh, wir kriegen da anscheinend Besuch. Ja, eben. Musik. Ah, oder hier. Hier. Ich nehm' ich noch mit, wenn sie schon... ... mein Schiff so angreifen. Wenn sie es will, dann kriegt sie es. Oh, nicht stoppt. Aber jetzt. Voll auf die 12. Alter. Das heißt, wir haben auch die Island dran und dann... Oh. Oh, ich würd gern schießen, aber ich muss ja hier dauerhaft drehen. Da komm, dann schießt du und ich gab da ja. Ja, das wär glaub ich besser, weil dann sind sie... ...schneller weg. Oh. Ja. Es gibt nämlich auch einen Erfolg, wenn man die... Oh, wir haben sie besiegt noch. Hehehe. Sehr geil. Es gibt ja auch ein gutes Outfit, was man dafür kriegt, wenn man genug von denen verliert. Ah, okay. Was auch sehr geil aussieht. Aha. Ja, dann... ... ist jetzt erst mal Freiraum. Ja, cool. Sehr schön. Ist ja gut gelaufen. Ja, sind wir durchgekommen. Ja. Hätte ich länger mitgerechnet. Ja, grad, weil man nur zu zweit sind, ne? Aber wenn ich will, der hat schon. Genau. Nächstes Mal dann. Okay, Leute, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. War wieder ein cooler Teil von Pluto Karibik in Sea of Thieves. Und ihr habt's gehört, wir machen dann Monkey Island als nächstes. Ne? Den schönen Monkey Island. Oder die schöne Monkey Island Story. Ja, gut, Leute. Dann noch einen schönen Restsonntag. Süße Träume. Und viel Spaß mit dem ersten Arbeitstag der Woche morgen. Bis dann. Bye-bye. Und... Und... Untertitelung des ZDF, 2020